Scan den HR-Code und du bist auf meiner YouTube-Seite. Video-Bloch 1-Kausel 699-G Saban, siehst du Schließerheim und Rastpool, Teil 29 Kausel rein und zeig ich Mode-Galerie Saban ZB1 über Luchlstraße, Hauptbahnhof, Neunitzkirche, Hermann-Kasko, Freepa, Neuklein-Blickerskorf, Rastpool, Pariser Platz, Cottbuser Platz, Luchlstraße, Friera-Rase, Hauptbahnhof, Kaiser-Rase, Neunitzkirche, Langheer Platz, Ulan-Rase, Halbisch-Rase-Kissummes, Hermann-Kasko, Kreepa, Gügingen, Bügingen-Hundertbahnhof, Klein-Blickerskorf. Auf Wiedersehen und viel Spaß beim Anschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020